Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, Bitcoin hat sich ein bisschen von seinen Tiefständen erholt. Wir haben diese blaue Linie nochmal getestet, wo wir gestern drüber gesprochen haben, auch im Livestream. Geht es jetzt möglicherweise weiter hoch? Sehen wir möglicherweise sogar ein neues hoch? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, welche Level außerdem noch interessant sind und was wir möglicherweise traden könnten. Auch darauf werfen wir einen Blick, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges, dann seid ihr hier genau richtig. Und heute Abend, 19 Uhr, wie immer, Livestream haben wir ja gestern schon gemacht und heute startet dann auch der Zweitkanal, Link unten in der Videobeschreibung drin. Gerne abonnieren mit den Highlights, sage ich mal, aus dem Livestream von gestern und dann natürlich den Highlights dann von heute Abend für morgen. Wird dann alles nach und nach hochgeladen, also auch da gerne ein Like und ein Abo dalassen. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten jetzt direkt durch bei Bitcoin. Momentan traden wir bei ungefähr 24.360 US-Dollar. Wir haben nochmal einen Hoch gesehen, bis 24.600 US-Dollar circa. Sind hier nicht mehr ganz an diese kleine, ich sage jetzt mal, 4-Stunden-Supply-Zone oder 1-Stunden-Supply-Zone reingekommen. Also wir haben vorher schon diesen kleinen Turnaround gesehen. Aber warum sind wir hier genau, sage ich mal, zurückgewiesen worden? Dazu lohnt sich mal ganz kurz das Fit-Level von unserem High, wo der Downtrend begonnen hat, also dieser kurzfristige Downtrend zu unserem Low und da sehen wir, wir sind genau am 0,618 da rejected worden. Und das war gestern der Weg, den wir des Öfteren besprochen haben, dass es jetzt vor allem darauf ankommt, dass wir kein tieferes Hoch bilden. Und danach sieht es nach momentanigen Stand erst einmal aus. Wir hatten gestern die FOMC-Minutes, die veröffentlicht wurden, wo sich im Endeffekt nicht wirklich viel geändert hat. Die meisten sind davon ausgegangen 0,25 Prozent, da haben auch viele zugestimmt. Manche wenige, was da schon wieder ein riesen Terz draus gemacht wurde, fand ich, also manche wenige, das heißt es nicht, dass alle oder der überwiegende Teil haben von 0,5 Prozent Basiszinserhöhung gesprochen. Es waren aber nur wenige. Es ist klar, dass da nicht, was weiß ich, wie viele Leute da drin hocken, sich nicht einig werden oder manche das ein bisschen anders sagen. Also das nicht ein bisschen übergewichten. Das war aber dann, im Endeffekt war das vorher der Abverkauf, der Downtrend, den haben wir dann gebrochen. Und mit diesen FOMC-Minutes hier veröffentlicht wurden, ein, zwei Stunden später kam dann eben dieser Pump hier zustande, also diese kleine Erholung dann wiederum. Wir sind genau ins Golden Pocket gekommen. Wie geht es jetzt hier weiter? Im Endeffekt, also momentan, ich bin noch nicht short. Ich werde mir das hier nochmal ganz genau angucken, sollten wir jetzt nochmal hier hochkommen und dann aber über dieser 1-Stunden-Supply-Zone bei 24.741 schließen. Dann sehe ich die ganze Sache eher bullisch und wir gehen weiter hoch und ich lasse die Long-Position offen. Sollten wir jetzt hier oben wieder Probleme reinkriegen und so ein kleines Art Doppeltop hier oben reinkriegen und dann auch kein höheres Hoch, also sagen wir, wir schließen dann unter 24.535, sehe ich das Ganze deutlich bearischer und dann setzt sich meines Erachtens nach der Downtrend fort und wir gehen locker nochmal Richtung 22.700, 22.800 US-Dollar. Das war ja auch so unser Plan, den wir uns vorgestellt haben, dass wir diesen Bereich noch einmal testen könnten oder sollten, einfach um das Golden Pocket und diesen ehemaligen, wo haben wir es, hier drüben, diesen ehemaligen Support-Bereich wieder als Support zu switchen, nachdem wir hier impulsiv nach oben hin durchgebrochen sind. Also das ist jetzt mal so kurzer Zeit auf den kleineren Zeiteinheiten. Wir blicken uns nochmal ganz kurz den Daily-Timeframe raus und da sehen wir, okay, wir hatten auf jeden Fall diesen tieferen Schlusskurs hier. Also dieses Tief wurde locker durchbrochen, etwas Hoffnung hatten wir noch durch diesen Wick bei 23.3 und das ist auch diese Range, die wir halt gestern drüber gesprochen haben. Wir sollten nicht, also wir können kurzzeitig unter 23.300 wicken, wir sollten aber nicht schließen und so lange ist es hier oben so eine kleine Seitwärts-Akkumulationsphase, die grundsätzlich noch ins bullische Raster fällt, aber das ist halt der große Timeframe. Auf den großen Timeframe passt alles noch, auf den kleineren Timeframes, wie gesagt, 1-Stunden-Timeframe, sieht das Ganze dann aufgrund des Golden Pockets und dieses tieferen Hochs dann nicht mehr so bullisch aus und darauf kommt es momentan an. Normalerweise sagt man ja, okay, man arbeitet sich von den größeren Timeframes zu den kleineren Timeframes runter. Stimmt auch, übergeordnet passt das alles noch. Nur auf den kleineren Timeframes sehen wir natürlich dann so die ersten Anzeichen für einen möglichen Strukturbruch oder auch für einen Trendbruch und das könnte sich jetzt hier bewahrheiten. Es kann auch sein, dass es jetzt nur einmal gereicht hat und wir komplett runtergehen, aber ich würde mir nochmal wünschen, dass wir nochmal zumindest diese 1-Stunden-Supply hier oben, bei 24.600 bis 24.700 nochmal antesten und dann hier oben möglicherweise wirklich dieses höhere oder dieses tiefere Hoch reinkriegen und dann die Trendwende nach unten und hier unten wird es sich dann meines Erachtens nach ausgehen bei den 22.8, 22.7 mit dem Golden Pocket, mit den Ineffizienzen und Vektoren, die wir hier unten füllen würden. Und ein Ding möchte ich vielleicht noch ansprechen, haben wir auch gestern drüber gesprochen, über eben diese lila Zone, da sind wir jetzt wieder drüber gekommen und zwar impulsiv mit einer Vektor-Candle. Sollten wir die halten, ist dann vielleicht auch nochmal so ein Indikator, okay. Beobachten, fallen wir hier wieder drunter, bearish, sollten wir jetzt hier, sage ich mal, unsere erste, zumindest den Vektor füllen bis 24.2, vielleicht Möglichkeit, um kurzfristig long zu gehen, zumindest nochmal ins Golden Pocket und da dann auf die eben besprochene Reaktion zu warten. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin, würde ich sagen. Schauen wir noch rüber zu Ethereum, wie es da aussieht. Hier haben wir exakt das gleiche Bild. Auch hier haben wir gestern im Livestream drüber gesprochen, ein höheres, ein tieferes Hoch. Mann, warum verwechsel ich das eigentlich immer? Gut, es ist Donnerstagmorgen, aber egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ja, auf jeden Fall haben wir da gestern drüber gesprochen. Auch hier tiefere Hoch. Momentan, was sich hier ausbildet, von unserem Abverkauf bis dahin. Hier wurde die 1-Stunden-Supply-Zone sogar angetestet, im Gegensatz zu wie bei Bitcoin. Also da immer noch so ein bisschen minimale Unterschiede bei Bitcoin und bei Ethereum. Aber wie gesagt, wir haben erst einmal, zumindest auf Schlusskurs, haben wir dieses Hoch rausgenommen. Das ist grundsätzlich bullish. Wir sind aber hier am Golden Pocket, an der 1-Stunden-Supply und am höheren Hoch gescheitert. Und das ist das, was uns momentan ein bisschen skeptisch macht. Wir haben dieses Level hier, diese rote Box, komplett auch durchbrochen. Also gefällt mir erst einmal grundsätzlich gut. Jetzt wird es halt interessant. Okay, wir können uns jetzt hier nochmal so dieses kleine FIP-Level ziehen. Korrektur bis 1.627, glaube ich, ehrlich gesagt, momentan nach jetzigem Stand nicht. Wir haben es gerade bei Bitcoin angeguckt, welches Level nochmal getestet werden sollte. Das heißt, ich gehe bei Ethereum eher davon aus, okay, 1.640 könnte nochmal getestet werden. Wir schauen mal, ob wir hier noch vielleicht eine 2-Stunden, genau, eine 2-Stunden-Demand-Zone haben wir hier noch vorliegen. Passt auch mit dem 0,5er, wo wir eben gerade gezeichnet haben, sehr, sehr gut überein. Das heißt, hier nochmal runtergehen, mögliche Long-Positionen und dann hier oben aber auf jeden Fall den ersten Take-Profit reinsetzen, am Golden Pocket und dann die Reaktion abwarten. Werden wir hier wieder rechecktet, ist für mich auch das Bild klar, dass wir auf jeden Fall nochmal Richtung 1.570 US-Dollar runtergehen sollten, weil wir hier unten eben auch das Golden Pocket haben. Wir haben die Ineffizienz, was weiß ich, wir haben da unten sehr, sehr viel, auf jeden Fall was zusammenspielen würde. Deswegen, das jetzt mal im Blick behalten. Wir haben auch hier sehr, sehr viel Liquidität oben, nämlich liegen gelassen auf dem 2-Stunden-Chart. Wir gucken nochmal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart. Da seht ihr auch, okay, Abverkaufscandle, die hatte dann nicht mehr so viel, aber die davor schon. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt erst nochmal runtergehen, die Liquidität hier bei den 1.642 holen, dann nochmal hochgehen Richtung 1.600, ich sage es mal ein bisschen pessimistischer, 1.670 bis 1.685. Hier oben die Marke nochmal antesten und dann möglicherweise den Abverkauf fortsetzen. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin und Ethereum. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz in die News rein bei CryptoGuru. Matic Polycon Labs streicht 20% der Belegschaft. Also auch hier, Tech-Unternehmen, man kann schon Unternehmen sagen, entlässt ein paar Mitarbeiter. Ist ja beim Nasdaq, bei den ganzen Firmen auch völlig normal. Deswegen, keine unbedingt bearishen News. Matic läuft sehr, sehr gut, viele Partnerschaften etc. pp. Ja, weiß nicht, wie ihr das gewichtet. Seht ihr das hoch an oder juckt mich einen blöden Scheißdreck? Was weiß ich. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Außerdem gerne eure Altcoin-Wünsche unten reinschreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns heute Nachmittag vielleicht noch zu einem kleinen Altcoin-Update-Video wieder. Ansonsten heute Abend, 19 Uhr, Livestream, freue ich mich drauf. Wer will, kann sich noch bei Obios anmelden, habe ich ja auch das Video dazu gemacht. Habe ich ja auch dazu nochmal gesagt, bitte auf der richtigen Seite anmelden. Aber gut, nur nochmal so von meiner Seite. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens heute Abend wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Schönen Tag euch und bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay crazy.